Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wenn es in Arkham City eine Person gibt, die weiß, was gespielt wird, dann ist sie es Ich muss nach Catwoman suchen Die Fledermaufe! Fledermaufe! Das ist Batman! Das wird wehtun, Bad Freak! Heute Nacht wirst du sterben! Die Fledermaufe! Die Fledermaufe! An diesem Ort kann man nur überleben, wenn man sich ein wenig Respekt verschafft. Sie verschafft uns diesen Respekt. Zeigt ihnen, wie die Dinge bei uns laufen. Doch wir sollten fair sein. Das ist immerhin ein Ort des Gesetzes, nicht wahr? Scheiß aufs Gesetz! Töte sie und alle fürchten uns. Vorhang auf für die Angeklagte! Du verstehst es echt, ein Mädchen hängen zu lassen, Harvey. Hey! Warst du etwa beim Schönheitschirurgen? Das war dafür, dass du uns bestohlen hast. Niemand bestiehlt uns! Ach! Tut mir leid, ich war ein böses Kätzchen. Bind mich los. Ich verspreche dir, ich mach's wieder gut. Mal sehen, ob die Münze glaubt, dass du die Wahrheit sagst. Das Gericht tagt jetzt! Ich muss den Kerl mit der Kanone ausschalten, denn der weg ist, ist der West im Raum ein Kinderspiel. Neue Gesichter für die Gang. Heute stellen wir jeden von euch vor die Wahl seines Lebens. Zwei Möglichkeiten. Ihr könnt euch uns anfließen, um eine neue Macht in Arkham zu werden. Und diesen Ort für uns in Besitz zu nehmen. Wenn der Clown stirbt, gehört die... Was macht ihr hier? Unser Freund Batman ist hier. Schnappt ihn und schneidet ihn in zwei. Du hast in meinem Gerichtssaal nichts zu suchen, Batman. So ein Mist. Das ist mein Gerichtssaal. Jetzt wieder im Haus. Abgewiesen. Kopf- oder Zahl, Mieze-Kätzchen? Bei welcher Seite komme ich hier lebend raus? Nicht bei dieser. Du stirbst jetzt. Ich plädiere für einen Vollstreckungsaufschub. Keine Knarre, Haft. So ein Jammer. Das hier wird ganz schön wehtun. Ich hab noch eine Dusch-Schlappe. Und ich hab immer gedacht, Katzen hätten neuen Leben. Lass dich nicht so hängen, Haft. Komm zum Kätzchen. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du voller Überraschungen steckst? Ich dachte, du könntest Hilfe gebrauchen, Selina. Ja, und wie. Ich glaub, ich hab mir vorhin einen Nagel abgebrochen. Sehr lustig. Und was willst du, Mr. Detective? Protokoll 10. Was weißt du darüber, Selina? Nie davon gehört. Das hilft mir nicht weiter. Was ist mit Strange? Ich trau ihm nicht. Erst war er jahrelang verschwunden, dann taucht er wieder auf und man macht ihn zum Chef von Arkham City. Er arbeitet angeblich mit Joker zusammen. Und hat sich etwas ganz Besonderes für dich ausgedacht. Vielleicht ist das Protokoll 10. Zwinkerzuckerfledermaus, gleich knipse ich dein Kätzchen aus. Der Ex-Bezirksstaatsanwalt sagte was für... Was zum Teufel! Wir sehen uns bald, Benz. Hier ist es ja richtig gefährlich. Ist ja großartig. Erwartest du einen Kuss? Das war Joker. Du bist hier nicht sicher. Niemand ist das. Neun Leben schon vergessen? Ich muss herausfinden, wo die Kugel in den Gerichtssaal eingedrungen und eingeschlagen ist. Die Kugel ist durch das Fenster dort geflogen. Aber wo ist sie eingeschlagen? Die Flugbahn der Kugel führt mich geradewegs zum Schützen. Die Flugbahn der Kugel ist durch die Kugel in der Kugel in der Kugel. Die Flugbahn der Kugel ist durch die Kugel. Die Flugbahn der Kugel ist durch die Kugel. Ist er noch da drin? Hier spricht AirTiger 3. Haben Sichtkontakt zu Batman. Erwarten Befehle. Ende. Er ist harmlos. Weiterhin seine Aktionen im Auge behalten, aber nicht eingreifen. Mit Batman haben wir etwas ganz Besonderes vor. Bestätigt. Geh wieder in Patrouillenformationen. Ende. Was ist, wenn er einfach hinten raus geht? Man kann hinten raus? Ja, Tufis hat's mir gezeigt. Es gibt ein Kellergeschoss. Ist voller Zellen. Da unten ist irgendein Kerl. Verdammt, und das fällt dir erst jetzt rein. Hat sich befreit und sein Gesicht zerkratzt. Frierst du? Natürlich friere ich. Zehn Grad Minus und Harley lässt uns hier draußen erfrieren. Verrücktes Luder. In Deckung! Es ist Batman! Ich bin bei der Kirche. Harley Quinn soll sich darin befinden. Diese furchtbare Frau hat gewiss eine Falle für Sie vorbereitet. Keine Sorge, Alfred. Quinn war nie sonderlich klug. Ich schaff das. Let's go, Batman! Au! Lass die Dame los, Bad Freak. Sonst kriegen die hier alle eine Kugel ab. Ich glaube, du solltest lieber tun, was er sagt. Wäre ein Jammer, wenn Blut auf meine neuen Klamotten spritzen würde. Was meinst du, Fledermaus-Hirn? Ist das okay? J? Was rede ich da? Natürlich! Natürlich ist es das! Egal. Die Sache ist die. Mr. J ist nicht in der Lage, Besuch zu empfangen. Er fühlt sich nicht so. Auch wenn er recht viel an sich rumfühlt. Aber das meint er gut. Das geht ihm nicht gut. Und die bescheuerte Ärztin von hier konnte ihm auch nicht helfen. Ich glaube, selbst diese Penner sind klüger. Ich muss los, Jungs. Wenn er irgendwelche Spielchen versucht, tötet ihn! Es wäre selbstmordbewaffnete Schurken, frontal anzugreifen. Ich muss verschwinden und sie leise nacheinander ausschalten. Keine Bewegung, Batman! Wo ist der hin? Ich bin! Ich bin drückt! Sie wissen nicht, wo ich bin. Gut, dabei soll es auch bleiben. Er schnappt uns! Zeit, den Raum zu untersuchen und meine Taktik zu wählen. Vier Schurken, alle bewaffnet, zwei Geiseln. Das wird ein Kinderspiel. Wir müssen von hier verschwinden! Der wird uns schnappen! Batman! Kannst du mich hören? Dieser Idiot glaubt, dass er im Weichtstuhl sicher ist. Dabei macht er es mir nur leichter, hinter ihn zu gelangen. Oh Mann, ich werde hier krepieren! Kannst du ihn sehen? Wo ist er? Alles wird gut. Warten Sie hier und seien Sie still. Er hat eine Geisel. Ich könnte ungesehen auf das Gerüst über ihm gleiten und ihn von dort aus ausschalten. Hallo? Was ist? Was ist los? Antwarte, Mann! Was ist los? Ja, lass uns in Ruhe. Sie sind sicher. Ruhig bleiben. Wenn ich hinter die beiden komme, ohne dass sie mich sehen, kann ich beide mit einer Bewegung ausschalten. Ich höre es persönlich um. Alles in Ordnung. Der Raum ist gesichert. Gott sei Dank. Yo, Batman! Danke für die Hilfe! Okay, Leute, zuhören! Wir sagen, wir haben nicht diese Tiere. Ich will, dass alles abgeriegelt wird. Das Sanitätspersonal checkt seine Vorräte, findet raus, ob was gestohlen wurde. Ich weiß nicht, ob ihr das bemerkt habt, aber Batman hat unsere Ärsche gerettet. Wenn jemand sie finden kann, dann er. Okay, ich will das für uns. Verletzte behandeln. Die Verletzte rauskommen. So. 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 Da ist die Waffe. Allem Anschein nach wird sie von Joker ferngesteuert. Wer ist denn da? Ah! Ah! Wir haben uns ja ewig. Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Mal überlegen, da war eine Anstalt, ein paar Monster und... Oh, stimmt ja! Du wolltest mich da verrecken lassen. In deiner Erinnerung hat es sich vielleicht anders abgespielt, aber wem kümmert's? Du musst dich jetzt nur noch um die Bomben sorgen. Beeil dich mal, die Uhr tickt. Wenn! Wir! Wir! Untertitelung des ZDF, 2020